Ich halte Doni in der Nordzielposition so fest, indem meine Füße in die andere Richtung zeigen als seine Füße. Wie als wäre es eine Kompassnadel in Richtung Süden und in Richtung Norden. Ich sitze seitlich an Donis Kopf, greife mit beiden Händen unter seinen Armen hindurch in seinen Würfel hinein. Nun mache ich mich schwer und lege mich auf seinen Brustkorb. Meine Füße sind ausgestreckt und ich bin auf den Flipszenen. Wenn sich Doni seitlich bewegt, folge ich ihm. Nun kommen wir zur Befreiung. Doni hat mich in der Nordzielposition und ich kann mich befreien, indem ich das Beinpendeln nutze. Ich nehme beide Beine in die Luft und pendle mit den Beinen nach rechts und nach links. Gleichzeitig strecke ich meine Arme nach oben. Dadurch drücke ich mich aus seinem Griff hinaus. Schnellschmerz. Untertitelung des ZDF, 2020